Wir liegen schon etwas schlecht in der Zeit und müssen hier gleich weitermachen, deswegen will ich gar nicht so viel erzählen. Ich habe die Männer vorhin gefragt, was man am besten über sie sagen kann. Da kam nur ein Wort, High Life. Und das beschreibt es wahrscheinlich am allerbesten. Seit 25 Jahren machen sie gemeinsam Musik. Zwischen Berlin und Ghana touren sie mit ihrer Percussion durch die Welt und sind heute für uns da. Viel Spaß mit Roots Amamomo. Danke schön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.